So, Battle Realms, es wird geladen. Sehr schön, endlich drei Helden. Wenn wir uns beeilen, können wir sie noch überraschen. Ja, wie werden sie auch überraschen? Und zwar, der Wolf kann beginnend lässig zu werden, wenn ihr die Siedlung vernichtet und alle ihre Töte und... ... alle von ihnen tötet, überlegen sie sich beim nächsten Mal vielleicht zweimal, bevor sie sich mit einem gut schlagen kann, anlegen. Gut, zurück, das haben wir jetzt gelesen. Gut, wir nehmen jetzt erstmal zwei Bauern wie üblich. Alter, wie weit ist denn hier alles weg? Gut, ich mache jetzt erstmal eine neue Bauernhütte. Und zwar hier unten. Ich weiß gar nicht, wie weit wir hier vorgehen könnten, muss ich jetzt mal gucken. Mit allen, weil der Posten hier ist ganz schön scheiße. Muss ich mal sagen. Ja. Ich reise auch, wenn nötig, das komplette Lager, nur mit den fünf hier nieder. Zwei, zwei, vier, fünf, ja, fünf. So, ich ja. Ja. Führ die Schlange. So, super. Ihr habt hier was gefunden. Äh. Du baust jetzt erstmal ein Haus auf. Kann man hier einfach drüber gehen? Führ die Schlange. Ach, f*** dich doch, man kann hier einfach drüber gehen. So, mal, der mal mit. Ich eile. Woher produzieren die denn? Achso, ich habe ja eine Bauernhütte schon. Gut, die beiden fangen uns erstmal Pferde. Ja, Fürst. Da muss ich beibleiben, leider. Schlange. So, und die beiden holen erstmal Reis. Schon unterwegs, Meister. Hm, das leute ich schon. Bis jetzt bringen die die in den Stallungen. Und Pferde kann man niemals genug haben. So, der kommt jetzt auch erstmal hierher. Jetzt haben wir ein bisschen Reis mit. Und der nächste macht dann nochmal mit, äh, Baut ein bisschen auf. Und wir haben noch fünf Minuten und dann zwanzig. Gut, alles tutti frutti, würde ich mal sagen. Da unten kommt gleich ein neuer. So ist bohren. Alter. Fick dich, das ist voll. Oh, der könnte ich ja was da... Oh, ich glaube, ich habe es nicht genau von einer. Sollte ich vielleicht erstmal nicht rausführen. Ja. Gut, äh, der hat was neu. Der baut mir jetzt erstmal eine Taverne. Ich kann anscheinbar immer noch nicht mehr bauen, als das, was ich letztes Mal bauen konnte. So gut, Taverne muss ein bisschen geschützt sein. Scheiß, Alter. Komm, jetzt die missgeburten her. Tötet sie, los, los, los. Komm, gib Gas, bevor das Scheiß ausfällt. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Komm, 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 nicht so langsam. Nicht so langsam. Genau, stirb. Ja, toll. Das ist wahrscheinlich gleich. Gut, ich lasse sie jetzt erstmal hier stehen, dann brauche ich mir hier unten nämlich neue. Ähm, Unverbrauchter. Geht da rein. Unverbrauchter. Geht da rein. Ja, Filst. Und gleich kriegen wir einen neuen. Solange die Bauern hinterher steht, ist alles gut. Und wir haben jetzt auch volle Pferde. Nachkennt ihr beide. Ja, weiter. Baut das Ding wieder auf, schnell. Gott, sind die alle langsam. Das ist wieder bei mir, die können fünf Tage überleben. Ne, die müssen jetzt mal so ein Teil hier bauen. Im Hinterland relativ. Könnte ich noch weiter nach hinten bauen? Ne, macht keinen Sinn. Ähm, gut, dann bräuchte ich jetzt mal hier hin. So, die beiden kommen erstmal noch mit nach hier. Ohne den Scheiß anzugreifen, hoffe ich mal. Wie ihr wünscht. Oh, schuss. Fuck you, Junge. Alter, sind das viele. Das sind jetzt richtig viele. Jetzt müssen wir mal. Erstmal auf den Fernseher. Los, 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 los. Komm, Gas, 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 Gas. Alter. Fuck you, Junge. Das ist jetzt scheißig hart. Gut, puh. Jetzt brauche ich gerade da hinten welche. Weil die brauche ich überhaupt nicht hier. Ähm. Das Haus ist schon wieder aufgebaut. Die glaube ich auch erstmal hier rein. Den glaube ich erstmal hier rein. Und die bleiben jetzt hier stehen. Und da hinten steht ja auch nicht, ne? Oh, zwei hier stehen da nur. Ey, das Kind kommt in hier. Der kommt jetzt hin. Ich hab nicht gesagt. Gut, äh, wo steht der hier? Hm? Mhm, hab ich nicht irgendwie mehr Leute? Gut, hier kommt meine Krieger, dann hab ich alle hin. In Ordnung. Gut, der kommt nochmal da rein. Mein Gift wartet schon. Ja, mein Fürst. Den stechst du. Hier oben stehen auch noch zwei von denen. Alter, wie es laggt. Ich glaube, ich muss auch gleich schon wieder ausmachen. Mein Part. Was mich ein bisschen ärgert. Ist halt nicht änderbar. So, Missgeburt. Du gehst jetzt da rein. Schon unterwegs, Meister. Wie ihr wünscht. Will ich hoffen. Na, die Städte da unten geht vielleicht nicht auf. Wobei sich Kenji jetzt, dass man ein Pferd schnappen wird. Erst das Pferd und drauf geht. Okay, erstmal kämpft. Angreifft. Angreifft. Stell! Du, Cabriol, schnell! Ja! Ich mag die Jungen, wie die mich immer platt machen. Ich habe mir nicht die beste Wahl getroffen. Drache ist zwar nicht besser. Na ja, gut, kann man sich nicht ändern. Wie wir wünschen. Wenn Drache kommt ihr bitte wieder hierher, ich hoffe, dann machen die automatisch. Ich werde das jetzt mal einstellen. Schlagen wir ein paar Kampfer. Genau, und ich muss schon wieder beenden, das tut mir leid. Ich starte aber gleich noch eine Folge. Also, bis gleich.